Moin Leute, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Minecraft Flash. Heute spielen wir mal Kontrast. Ja! Alles klar. Habt ihr gerade gesehen, wer da gerade Schirro geschrieben hat in den Chat? Ja. Ist planlos! Jana! Ja, und ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht drin bin. What? Ich frag gerade, seid ihr drinne? Ja, ich wurde mitgezogen und dann ging die Runde auf einmal los, als ich wieder gespawnt bin. Okay, aber ich glaube, wir müssen ja eh noch mal eine Runde ranhängen, denn die liebe Jana werdet gerade die Runde wieder in halb von zwei Sekunden. Ach, und meine kleine Jana, war schön, dich mal wieder zu hören, echt. Du lebst noch! Eigentlich. So, als zweite Map tun wir mal die kleinen Träumchen. Da ist gerade sogar noch jemand im letzten Moment dazu gestoßen. Ach, bin ich doof. Gut, dass du das jetzt auch einsiehst. Danke. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das sag ich eigentlich immer. Hochgeklaut. Pech, ne? So. Mann. Mach wieder jeden Sprung eins. Ja, aber nicht, wenn man, äh, nicht springt, ne? Also. So. Ach, jetzt kommt ja wieder der Checkpoint, ne? Ja, der zweite. Und wer sich jetzt wundert, Leute, warum die das so sagen, wir haben immer noch eine Aufnahme-Session. Also alle Flash-Folgen, die ihr bislang gesehen habt, sind am Stück entstanden. Und das ist die Folgen, das ist diese Map, da haben wir uns kennengelernt. Und da hat Kratos mich richtig wuschig gemacht. Ja, passiert. Oh, Mann. Am Ende springe ich immer nicht ab. Das ist so richtig fies. Ich hab so, äh, ich bin immer noch der Meinung, hier fehlt einfach am Ende ein Checkpoint. Dafür, dass es eine leichte Map ist. Da müsste diesen Regenbogen bis nach oben kommen und dann auf den Wolken müsste ein Checkpoint sein. Ich hab grad diese, hä? Das ist eigentlich total leicht, jeder Alphine. Ich schaff ihn grad aber nicht. Jetzt grad, wo ich's gesagt hab, schaff es. Hallo, Kratos. Hi. Vielleicht brauchte ich dich einfach hier bei mir. Ja. Das war nicht. Ach, ja. Fuck! Ja, nee, das tut man im Bett, also. Nein, das ist was anderes. Das ist dann mit I. Ja, gut. Nicht mit U. So. Och, nee, dieser Sprung. Och, Mann. So, Shiro, konzentrier dich. Oh, letzter Sprung. Rechtzeitig springen drücken. Das war zu früh. Das war zu früh. Aber zumindest bin ich gesprungen. Ja, das stimmt. Ich frag mich immer, was ist für mich, was finde ich besser? Gar nicht zu springen oder zu früh zu springen? Gar nicht zu springen. Findest du besser? Nee, schlimmer. Ich hab grad gesagt, was finde ich besser? Und du sagst, gar nicht zu springen. Ach so. Ach, ich bin heut ein bisschen durcheinander. Merkt man überhaupt nicht. Nein, der letzte Sprung zum nächsten Checkpoint. Na ja, ich kann's ja nicht wissen, ne? Ich kenn ihn ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie er normalerweise drauf ist. Ach, ich leider schon. Danke. Jetzt müssen die Brüder sein. Das wäre natürlich richtig geil. Nee. Ja! Ich hab's auch fast geschafft. Also ich habe das Gefühl, dass das gerade schneller war als beim ersten Versuch von dieser Map. Ja. Nur Glück beim Zocken. Ehrlich, nur Glück beim Zocken. YouTuber-Vorteil, Frauen-Vorteil. Was haben wir noch so heute aufgezählt? Das kommt ja noch dazu. Das kommt ja noch dazu. Ich weiß immer noch nicht, ob man auf die Glowstones muss oder links auf das Goldene, aber es funktioniert anscheinend auf jeden Fall rechts. Auf jeden Fall rechts. Hier habe ich zum Beispiel auch bei der ersten Aufnahme, wo ihr mich noch nicht hören konntet, habe ich so gesagt, ich hoffe, dass die mich jetzt nicht irgendwie als Hacker gleich beschimpfen, weil ich auf einmal so schnell vorankomme. Einfach weil hier dieser Scheiß richtig leicht wird. Da wird ja auch leicht, aber nee. Hänge ich hier wahrscheinlich wieder die ganze Zeit, ne? Ehrlich. Und Alex Place scheint nicht so gut zu sein. Zumindest, oder er hat gerade einfach den Wurm drin. Das haben ja manche Leute. Deswegen. Das hat man ja auch manchmal. Das hat sogar Jana manchmal, dass sie irgendwo hängt. Das sind dann immer so diese seltenen Momente, wenn man es planlos an einem Checkpoint festhängt. Und man sich dann denkt, warum? Ah, hier ist gerade eine doofe Fliege. Hallo? Das zieht halt auch ein Recht zu leben. Du kannst doch nicht einfach doof bezeichnen. Ja, tut mir leid. Natürlich, die Viecher sind eigentlich nutzlos, aber... Ja, also. Ach, fuck. Ach, Mann. Diese Stelle, wo man durch Zäune durchspringen muss. Ja. Diese Nether-Zäune. Ja, ich weiß gar nicht, wie das... Ich bin da außen rumgesprungen irgendwie. Was? Ja, beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, wie. Ich bin eben wo ganz woanders langgesprungen, aber ich weiß nicht, woher. Ich bin da vor EMB gesprungen. Hm. Ich habe eine Idee, was man eventuell machen könnte, wenn der Sprung geht. Nein, da ist eine unsichtbare Mauer. Schade. Kann man sonst noch irgendwo rauf? Ich sehe gerade nichts. Schade. Ich weiß es gar nicht. Och, Mann. Schon wieder letzter Schwung. Ich weine. Diese Stelle habe ich beim letzten Mal auch gast. Mann, es sollte ein schöner Abschluss sein. Komm, weinen. Das gibt ein schönes Ende. Dann gibt es mehr Klixen. Also ich dachte mir, jetzt nochmal die Map, womit alles angefangen hat. Dann sieht man vielleicht mal eine Verbesserung während der Aufnahmesession. Äh, nee. Hat gut geklappt. Doch, also ich bin ja diesmal schneller zu diesem Checkpoint hingekommen. Spring. Also jetzt schaffe ich die ganze Zeit diesen einfiesen Sprung, aber das danach nicht. Ich würde mal sagen, dann bist du kein Piep. Nein. Nein. Boah, ich habe es geschafft, Mensch. Ja, den Ersten. Boah, nee, das war alles fies. Das war fies. Den Ersten. Warte mal, wie weit bist du vorhin gekommen? Ich dachte, zum Zweiten oder zum Dritten. Vorhin, äh, zum Dritten. Ja, also dein Ziel ist diesmal der Vierte. Also zwei habe ich geschafft. Ja, diesmal ist der Ziel Vierte. Hey, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ey, das gibt es nicht. Danke. Das gibt es doch nicht. Wir wurden doch gehackt. Das kann doch nicht sein. Ja, wurde schon. Danke. Ich brauche es nicht nochmal. Ich wollte mal gededos während dem Stream. Das war toll. Das war toll. Total. Muss ich nie nochmal haben. Kommt. Danke. Doch nicht. Ich schaffe mittlerweile diesen Einsprung, aber das ist danach nicht. Das gibt es auch nicht. Das ist der letzten Sprung zum Checkpoint. Der riecht nicht gerade richtig auf. Das Gefühl kenne ich. Okay, Leute. Ich mache jetzt einfach mal richtig risky frisky. Versuche ich jetzt einfach mal so durch zu rushen. Das gibt es doch nicht. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie. Nein! Und dann mache ich so einen dummen Fehler. Ist das dein Ernst, Jerome? Ja, anscheinend. Ich habe gerade auch am vorletzten Schwung verkackt. Also so smooth möchte ich das gerne nochmal hinkriegen. Genau. Dann kann ich nämlich da hin. Hier jetzt auf Nummer sicher gehen. Komm. Genau. Bin zu Wasser. Zur Spinne. Na, Spinne! Ich bin jetzt bei dem kleinen Spindchen. Und ich bin zu früh abgesprungen. Ich Idiotin! Ja, schön, dass du es einsiehst. Da wollte ich mich jetzt mal rächen. Das war mein Spruch. Revanagieren, meinst du? Genau. Man merkt schon, wie gut wir in Deutschland sind. Alles gut. Ich bin auch nicht viel besser. Ich bin nur das Kommentieren ein bisschen länger gewöhnt. Guck, guck, guck. Ja, vor allem meine geilen Kommentare gerade. Ja! Ja! Yes! Ja! Ach, du hast es gerade geschafft! Ja! Oh, endlich diese... Kratos, holt auf, Leute. Es ist jetzt der Moment von Kratos. Wird er die Göttin Chirona hier noch bezwingen? Nee, nein, nein, nein. Die Göttin ist immer noch ein anderer. Das ist Diana. Ich bin jetzt aber am Ziel. Hey, Carrie. Soll ich reingehen? Warte, ich will noch eben das in einen... Nein, ich warte nicht. Checkpoint erreichen. Keine Sorge. Aber, Leute, ich beende hier schon mal die Aufnahme. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das finde ich immer so geil. Kennt ihr das? Ja. Ihr wollt irgendwas sagen, was ich vergesse hier ist? Aber, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Aufnahme hat euch gefallen. Dann habe ich mich sehr in der Bewertung freuen. Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ach ja, bevor ich es vergesse. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich die beiden Spackos mal wieder fragen soll, ob sie mitmachen sollen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! פר